Wie ist Ihr Besuch im Eisbären? Natürlich können wir einen Besuch beim Eisbären-Training nicht absolvieren ohne auch mit dem Trainer gesprochen zu haben. Muli Katsurin ist wieder da. Muli, willkommen zurück in Bramhafen. Danke, es ist gut, dass du hier bist. Wie spendest du deine Freude? Zu Hause, ich habe viele Videos und viele Spieler, die versucht, ein Team zusammenzubringen. Wir spenden viel Zeit, weil wir dieses Jahr ein neues Team haben. Nur Geri ist hier von letztem Jahr. Wir beginnen von zero. Du musst sehr vorsichtig sein, wenn du die Spiele zusammenbringst. Ich bin nach Hause. Für mich war es gut. Ich kann mit meiner Familie und meinen Freunden bleiben. Jeder fühlt sich gut, wenn er nach Hause ist. Aber auf der anderen Seite, wir arbeiten noch immer. Tell uns etwas über dein neues Team, über die Spieler. Ich denke, es sind die Spieler, die bereitstehen, um etwas zu erreichen. Sie wollen sich zeigen. Sie wollen sich zeigen. Ich denke, wir haben hier eine gute Mischung von jungen und jungen Spieler. Das ist wichtig für die BBL. Es ist eine sehr schwierige Liga. Wir haben hier auch gute Athleten in der Team. Gute Leute. Wir haben hier die Spieler, die bereitstehen und lernen. Wir müssen uns überlegen. Wir müssen uns überlegen. Larry Gordon, dieser Mann wird dein neue Teamleader sein? Liedership ist nicht etwas, was du sagen kannst, zu jemandem zu sein. Liedership ist etwas, was man sollte. Und natürlich ist Larry, einer der Spieler, der hier in der Liga gespielt hat. Und er kennt die Situation in der deutschen Liga. Er kann sicher sein, dass er eines der Lieders sein kann. Jetzt haben wir in Börmerhafen die Börmerhafen. Willst du da sein? Ja, sicher. All das Team wird da sein. Wir werden da sein. Es ist ein großer Tag für Börmerhafen. Es ist ein großes Event. Wir wollen es ein Teil sein. Wir wollen es ein Teil sein. All das Team wird da sein. Die größte Teil der Börmerhafen sind die Eisbären. Ich spreche nicht über Basketball. Ich spreche über die Gemeinschaft. Über die Spiele aus dem Sport. Es ist ein großes Event. Wir wollen es auch sehen und lernen, was es ist. Und auch die Leute sehen uns da. ... ...